Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal in Dinkelspül. Jetzt werden wir fast entfallen, wo wir sind. Nein, Quatsch, aber das liegt wahrscheinlich heute an den kalten Witterungsverhältnissen, weil ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Also bei uns Sturm, Wind und unheimlich Schnee. Also richtig Winter, macht keinen Spaß. Ich habe heute ein kleines Video für euch. Wieder mal drei Fahrzeuge aus der Werkstatt. Eins wird gleich abgeholt, das wollte ich euch noch zeigen oder ist schon abgeholt worden, wenn ihr das Video seht. Aber was haben wir da alles nochmal gemacht und wie schaut es dann letztlich im fertigen Zustand aus. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was hinten in der Werkstatt schon wieder steht und wie es da weitergeht und was wir da vorhaben. Und ja, ich würde sagen, ich spare euch gar nicht lange auf die Folter. Wir gehen einfach in die Werkstatt und auf geht's. Puh, Leute, ist hier Schnee. So, jetzt schauen wir mal rein in die gute Stube. Machen wir hier gleich mal wieder zu, weil das Auto wird jetzt gleich geholt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was wir hier alles gemacht haben. Zum größten Teil habt ihr das ja mitgekriegt. Zum einen muss ich ja schon mal sagen, haben wir hier, guckt mal, hat der Kunde super vorbereitet. Hat natürlich überall schon die Schubkästen raus, überall wo man hin musste. Auch da hinten 230 Volt Verteilung. Also das war echt großes Kino. Hier haben wir den Wechselrichter verbaut. Das sehen wir jetzt ein bisschen schlecht, das ist ein bisschen dunkel. Haben wir da dahinter verbaut. Bilder blende ich euch aber ein. Hier seht ihr, bevor die Skeptiker kommen, hier haben wir nur eine Zwischenwand eingezogen, damit die Armatur, die dahinter ist, wenn die mal tropfen sollte, natürlich nicht mit dem Wechselrichter in Berührung kommt, sondern das Wasser da dran vorbei geht. Das haben wir natürlich beachtet. Und ja, ansonsten haben wir hier die Akkus. Ihr seht es an den Bildern, wie wir das gelöst haben. Hier war so eine blöde, hässliche Stelle, wo die ganzen Kabelrauben rausgeschaut haben. Haben wir ein schönes Riffelbrechen vorgemacht, damit es hier so ausschaut wie hier, damit es eins zu eins das gleiche ist. Und ich glaube, das ist uns echt super gelungen. Und dann haben wir hier hinten noch eine Supersense verbaut. Also auch die haben wir noch mit reingemacht. Wechselrichter haben wir drin. Also echt eine tolle Geschichte. Und hier haben wir dann das Display vom Wechselrichter. Ist ein WCS, 2000 Watt Wechselrichter. Also echt eine tolle Geschichte. Und hier haben wir den Batteriecomputer. Der ist hier. 98% zeigt er aktuell an. Also echt top mit 200 Amperestunden Lithium Batterie. Also auch hier läuft alles super. Haben wir hier schön aufgeteilt, damit das Gesamtbild wieder gewahrt ist. Damit man da keinerlei, ja, sag ich mal so, Missbildungen hat, damit es nicht schön ausschaut. Ich finde, so kann man das schon ganz gut sehen. Also, das ist das Fahrzeug. Ich blende nur ein bisschen die Bilder ein. Ich wollte es nur kurz zeigen im fertigen Zustand, weil der wird jetzt dann auch gleich abgeholt. Und dann haben wir hier vorne natürlich unseren Migerhasen. Und das heißt, wenn der Migerhase hier drin sitzt, dass das Fahrzeug fertig geprüft und gecheckt ist. Und wenn jetzt dann der Kunde kommt, dann gehen wir das nochmal grob mit ihm durch und erklären ihm nochmal alles. Ja, und dann hoffen wir, dass er da viel Freude dran hat. Also, auf zum nächsten Auto. So, hier in der Werkstatt geht es wieder richtig zur Sache. Hier haben wir einen etwas in die Jahre gekommenen Hümer, aber sehr gut erhalten. Dazu komme ich aber gleich. Jetzt schwenkt man hier mal rüber. Hier haben wir einen wunderschönen Chanson. Und ihr seht schon, Chanson Titanum. Und was verbauen wir hier? Eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Haben wir ja kürzlich schon mal ein Video drüber gemacht. Da haben wir das Ganze verbaut in den Concorde. Hier verbauen wir das Ganze jetzt in ein Chanson. Hier steht sie. Also, beziehungsweise das Gehäuse. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Ich langweile euch da gar nicht so sehr damit, weil, wie gesagt, das Ganze habt ihr ja schon mal angeschaut, wie das Ganze ausschaut. Wenn wir jetzt hier mal ums Eck rum schauen. Hier haben wir nämlich ein schönes Heckbad. Jawohl, ihr seht mich hier auch im Spiegel. Und hier haben wir die Cinderella schon eingebaut. Also, was heißt eingebaut? Wir sind gerade dabei. Hier müssen wir jetzt noch die ganze Verkleidung machen. Wir haben jetzt hier die Heckplatte gemacht. Jetzt kommt dann natürlich noch hier die Platte für oben drauf dazu. Und dann haben wir, bitte nicht wundern, hier auch die Spüle, also das Waschbecken ausgebaut, weil hier haben wir für den Kunden noch was Spezielles vorbereitet, weil der Kunde hier gerne ein neues Waschbecken haben möchte. Damit man einfach ein bisschen mehr herankommt und vielleicht auch mal die Haare waschen kann und so weiter, weil mit dem Vorhandenen war das nicht ganz machbar. Hier haben wir jetzt eine kleine Besonderheit. Wir werden den Kamin außen im Schrank, weil wir haben nämlich den Vorteil, dass wir hier einen Schrank haben. Und da werden wir den Kamin, da ist es zu dunkel, okay. Ich zeige euch das nächste Mal, wenn es fertig ist, werden wir den Kamin hier außen im Schrank entlang führen. Tolle Sache, funktioniert tadellos und ich freue mich da schon drauf. Wird wieder bestimmt eine ganz tolle Geschichte, wenn es fertig wird. Ich denke, dass wir da morgen so ziemlich den Hauptteil abschließen können. Ein paar Sachen müssen wir da dann noch erledigen. Natürlich, hier unten ist auch noch geöffnet, Gasanschluss müssen wir machen. Ganz wichtig, wenn wir so eine Cinderella verbauen, muss natürlich dann auch im Gasbuch eingetragen werden. Auch ganz wichtig, damit es dementsprechend alles Hand und Fuß hat. Ja, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Wenn die Cinderella dann noch drin ist, machen wir gleich mal wieder das Licht aus. Voilà. Dann wird das alles noch schön verkleidet. Hier haben wir die Bodenansaugung, da müssen wir nach unten. Da wird dann die Bodenansaugung gewährleistet, damit dementsprechend für den Verbrennungsraum auch genügend Sauerstoff kommt. Da machen wir unten drauf natürlich noch so ein schönes Fliegengitter, damit da entsprechend wirklich nichts mehr durchkommt und nichts mehr passieren kann. Das ist schon ganz wichtig. Jo, das wird hier eine tolle Geschichte. Ja gut, hier sieht man nicht viel, das wird dann noch verkleidet. Aber das zeige ich euch, wenn es dann komplett fertig ist. Was verbauen wir hier? Eine Dieselluftheizung, 2 kW, die kommt hier rein. Die bauen wir schön in den Doppelboden rein und ihr seht, da hinten gehen wir mit dem Schlauch schon hoch. Da kommen wir dann innen direkt unter der Dinette raus und da lassen wir dann schön die Ausströmer raus. Und dann haben wir hier die Ansaugung auch im doppelten Boden. Und dann wird die warme Luft schön nach innen gebracht. Also auch eine tolle Sache, was wir hier verbauen. Ist natürlich wieder ein riesen Aufwand, weil wir Tankentnehmer rein machen müssen, Kabel satzlegen. Sprich das Bedienteil müssen wir dann noch sauber organisieren und sauber verlegen. Das wird hier wieder verbaut. Und wie weit sind wir da drin? Da haben wir schon den Kabelkanal liegen. Hier haben wir schon den Tankentnehmer reingebaut. Das habe ich ja das letzte Mal in einem Video schon mal gezeigt, wie wir den rein machen. Wo der ganze Tankentnehmer rausgemacht werden muss und dann hier wieder neu eingesetzt werden muss. Ist alles ein bisschen ein Aufwand, damit das alles sauber funktioniert. Aber kein Problem, dann kann der Winter kommen, auch für dieses Fahrzeug. Und hat dann eine schöne Zusatzheizung. Das machen wir hier in dem Hümer. Schauen wir mal kurz rein. Dann zeige ich euch noch die Ausströmer, wie wir hier entlangfahren. So, genau. Da kommen wir hier rauf. Hier ist schon der Schlauch herin. Und da setzen wir dann nur ein T-Stück rein. Und dann machen wir einen hier und einmal hier. Damit wir zwei Ausströmer haben und die eigentlich hier sauber rauskommen. Wechselrichter hat der Kunde selber montiert. Da haben wir nichts damit zu tun. Ja, so ist es ein schönes Fahrzeug. Also, ein schöner Hümer. Toll. Also, ja, kann man nicht meckern. Und wenn jetzt dann die Dieselheizung nur drin ist, ist auch wieder eine ganze Ecke autarker. Und natürlich gerade mit Kindern und allem Möglichen besser zu nutzen oder schön zu nutzen. Gerade in der Jahreszeit. Jahreszeit. Ja, bei uns hat es heute richtig die Schnee angefangen. Also, grrrr, richtig eklig. Dann hatten wir heute Morgen nur einen Kunden da. Da haben wir nur ein bisschen was gearbeitet oder nachgemacht. Und dann haben wir die Woche nochmal ein Großprojekt da. Da haben wir auch noch einen da stehen. Der machen wir fertig. Und, ja, einer ist hier heute abgeholt worden. Wie ihr vorhin gesehen habt. Das war auch ein tolles Projekt. Und da auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße nach Nürnberg. Und da freuen wir uns schon und hoffen auch, dass ihr viel, viel Spaß habt mit eurem Fahrzeug. Tja, da war wieder ein bisschen was los bei uns. Ja, wie fast jeden Tag. Es ist Wahnsinn. Also, es macht richtig Laune, was hier los ist. Und auch super, mega, lieben Dank. Es war letzte Woche Samstag. Also, jetzt vergangenen Samstag. Ein sehr schöner Adventssamstag. Waren viele, viele Kunden da. Wir haben ein bisschen Glühwein trunken und ein paar Lepgung gegessen. Den einen oder anderen Schnack machen. Ich konnte leider, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, weil ich hatte noch ein Fahrzeug da, wo ich auch noch machen musste, Vormittag. Also, bei mir war es erst nachmittags, wo ich so ein bisschen Zeit gehabt habe. Mit dem einen oder anderen dann noch zu reden, der noch da war. Es ist leider immer so, Samstag ist ziemlich viel los. Und da hat man ausgerechnet auch noch ein Auto, wo unbedingt ganz wichtig fertig waren musste. Und ja. Aber ich freue mich schon wieder auf kommenden Samstag. Weil auch da haben Sie schon wieder, ja, etliche Kunden oder ein paar Kunden angemeldet, um so einen kleinen, ja, so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. In der tristen Zeit mit den ganzen wilden steigenden Inzidenzen und alles Mögliche, da muss man so ein bisschen für gute Stimmung sorgen. Natürlich immer unter Beachtung der ganzen Vorschriften und Regeln, wo wir haben. Ganz klar, das versteht sich von selbst. Diesbezüglich habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Und zwar habe ich ja mit dem Camper Tobi am Wochenende, haben wir so ein bisschen philosophiert und meiner Frau und wir sind zu dritt auf eine ganz tolle Idee gekommen. Also wir halten es zumindest für eine tolle Idee. Und der Camper Tobi hat es ja auf seinem Kanal schon ausgestrahlt und hat es da auch schon kundgetan. Ich möchte es auch nochmal kundgetan tun, hier auf meinem Kanal, separat. Weil wir machen eine Weihnachtscampingtour. Und zwar werden wir mit unseren zwei Fahrzeugen und Wohnmobilen zwischen den Tagen, am 26. das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, starten wir los und fahren den ersten Stellplatz an. Und zwar, jetzt brauche ich meinen Spickzettel, die erste Station vom 26. auf den 27. ist High Camping Oeringen. High Camp Oeringen. Ich verlinke das, oder ich notiere das auch unten unter meinem Video, da könnt ihr das im Abspann oder beziehungsweise im Titel da unten dann auch lesen. Ich schreibe das alles rein. Also wer Interesse hat, wer Lust hat, nach Oeringen zu kommen, Wir stehen da vom 26. auf den 27. Und wir haben ein bisschen Glühwein dabei, wir haben ein paar Leppkuchen dabei, vielleicht haben wir noch einen Grill dabei, wir gucken mal, was alles so uns noch einfällt. Und dann starten wir am 27. weiter zur nächsten Station, und zwar zum Karawandpark am Technikmuseum in Speyer. Da machen wir den nächsten Stopp und da freuen wir uns auch auf Regenbesuch natürlich. Und da sind wir dann auch vom 27. auf den 28. Da bleiben wir dann auch eine Nacht. Und dann fahren wir weiter nach Reisemobilhafen Wiesbaden. Dann sind wir da und gucken mal, was da so los ist. Und wer da Lust hat, Richtung Wiesbaden dann noch mitzukommen, sehr gern. Und dann kommt die vierte Station, das ist dann vom 29.12. auf den 30.12. Und zwar fahren wir da zum Knaus Camping Park nach Koblenz. Und das ist dann unser letzter Punkt. Und da bleiben wir dann auch noch mal bis zum 30. stehen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Lust habt. Überall sind die E-Mail-Adressen, sprich die Internetadressen hinterlegt. Ihr könnt da gern anrufen, wenn ihr da mitschlafen oder mit Camping machen wollt. Bitte auf den Platz, da müsst ihr euch bitte selber drum kümmern. Nur anrufen, ob nur ein Platz frei ist. Beziehungsweise, wenn ihr auch nur für ein paar Stunden vorbeikommen wollt, auch gut. Freuen wir uns natürlich genauso. Und nicht vergessen, eure Wohnmobile schmücken, wenn ihr kommt. Also ich bin gespannt, wer da kommt und was sich da auftut. Also ich freue mich schon. Für uns natürlich auch mal schön, ein paar Tage rauszukommen, ein paar Tage frische Luft zu schnuppern. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ja, das haben wir vor. Und ich darf mich jetzt in dem Sinn bei euch bedanken fürs Zuschauen. Schreibt mir in eure Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oder wie ihr das seht bezüglich Umbau, bezüglich unserem kleinen Campingtour. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bitte nicht vergessen, ab morgen startet auch unser digitaler Adventskalender am Ersten. Jeden Morgen um 9 Uhr. Lasst euch überraschen, was da kommt. Wir freuen uns jedenfalls und haben uns da keine Mühe gescheut, ein bisschen Aufwand zu betreiben. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt. In dem Sinne, über ein Like freue ich mich natürlich ganz besonders. Genauso wie über ein Abo von euch, damit ihr nichts verpasst auf meinem Kanal. Und ich verspreche euch, ab morgen, den Ersten, werdet ihr den ganzen Dezember jeden Tag auch mal die Katja zu sehen bekommen. Meine Frau ist ein bisschen kamerascheu, aber das haben wir geändert. Ab dem Ersten wird sie jeden Tag euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. So, ich sage tschüss, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.